Vom kaiserlichen Geheimdienst? Mhm. Sie trennten und verhörten uns. Lang und ausführlich, aber ohne Gewalt. Ich lernte Fatih der Rideau kennen und einige Wochen später den Kaiser in Person. Ich, als lichter Hexer. Yennefer? Ich habe sie nicht wiedergesehen. Der Kaiser trug mir eine Mission in die Nordreiche an. Aber sie war aus irgendeinem Grund wichtig für den Imperator. Vermutlich hat er von ihr erfahren, dass die Loge existiert. Der kaiserliche Geheimdienst hat eben seine Methoden. Jedenfalls wurde Yennefer permanent von Fatihs Leuten bewacht. Wir brachen dann bald nach Norden auf, um die Könige zu töten. Mehr weiß ich also nicht. Dann ist sie im Kaiserreich. Das war sie, als ich es verließ. Woher wusstest du, wo wir die Wilde Jagd finden würden? Jeder Hexer mit einem Schlangenmedaillon um den Hals kennt den Ort. Ich dachte lange, meine Schule wäre nur gegründet worden, um das Rätsel der Geisterreiter zu lüften. So viele Bücher und Schriftrollen hatten wir zum Thema. Weißt du, wer die Reiter der Wilden Jagd wirklich sind? Da stecken doch irgendwelche verfluchten Elfen dahinter. Riesenbetrug. Das legendäre Minitekel des Kriegs. Nichts als Mummenschanz vom Jahrmarkt. Glaub mir, kein Jahrmarkt-Zauberer ist in der Lage, eine Horde Geisterreiter über den Himmel zu jagen oder jemandem das Gedächtnis zu nehmen. Dann klär mich auf. Die wilde Jagd, um die sich so viele Legenden ranken, gibt es tatsächlich. Ich habe etliche Geisterreiter besiegt und verjagt. Sie sind zwar Geister, aber zugleich die Avatare von echten Reitern. Denen sind wir unter dem Baum begegnet. Dann haben Elfen dich verschleppt? Ganz gewöhnliche Drecksäcke zum Anfassen? Das mögen sie in ihrer Welt sein. Hier sind sie Fremde. Du kennst die Theorie von der Sphärenkonjunktion und weißt, wie die Monster in unsere Welt kamen? Jeder Hexer weiß das. Dann weißt du auch, dass unsere Zauberer imstande sind, Brücken zwischen den Sphären zu schaffen. Meist rufen sie Monster herbei, die wir dann wieder loswerden müssen. Diese Elfen, die wir gesehen haben, stammen aus einer anderen Welt. Sie wurden allerdings nicht gerufen, sondern kamen selbst hierher. Das ist sehr schwierig, sogar für sie. Viel leichter ist es dagegen, ihre geisterhaften Abbilder zu schicken. Dass sie tatsächlich selbst kommen, ist eine Ausnahme. Und die haben sie für Yennefer und dich gemacht? Mhm. Elfen aus einer anderen Welt und deren dressierte Geister. Was wollten sie von dir? Das geht dich nicht an. Warum arbeitest du für Nilfgaard? Ich arbeite für den Kaiser, Geralt. Das ist kein gewöhnlicher Mensch. Kein Herrscher des Nordens kann ihm das Wasser reichen. Aber warum? Er will die Schlangenschule wieder aufbauen. Den Hexerorden, der mich ausgebildet hat. Die Hexerschulen im Süden sind vor langer Zeit untergegangen. Und die Hexer waren Geächtete, die man in die meisten Städte nicht hineinliest. Außer Egan und Sereth gibt es noch zwei Hexer von der Schlangenschule. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen und weiß nicht, wo sie sind. Jetzt brauchen sie sich nicht mehr zu verstecken und können nach Hause zurückkehren. Warum hast du mich erwartet? Weil ich wusste, dass du mich nicht ziehen lässt. Ich hatte nicht vor, mich jagen zu lassen. Du kennst jetzt die Wahrheit. Außer dir nur noch ein paar, deren Wort nichts mehr zählt. Ich habe dich nie als meinen Feind betrachtet. Ich will nur meiner Wege gehen. Wenn ich gegen dich kämpfen muss, dann soll es wohl so sein. Aber diese Geschichte endet hier und jetzt. Worum ging es denn nun eigentlich? Darum, die nördlichen Herrscher zu töten. Den Zauberinnen die Schuld zu geben. Chaos zu stiften. Den Norden auf die Invasion vorzubereiten. Und weißt du was? Es lief wie am Schnürchen. Krieg oder nicht. Zauberer und Könige werden sich noch lange beschuldigen und bekämpfen. Und aneinander rächen. Der Norden ist ein brennendes Bordell, wie dein Freund Rittersporn zu sagen pflegt. Wie hast du zu Sheila Kontakt aufgenommen? Als ich einmal von der Loge wusste, war das nicht schwierig. Am Anfang hat sie mich ziemlich misstrauisch beäugt. Aber bei meinem Aussehen hatte ich sie schnell überzeugt, dass ich nur ein Tumba-Schlagetod bin. Ich blieb in ihrer Nähe und tötete ein paar Biester für sie. Dabei jammerte ich ausreichend über die Schlechtigkeit der Welt. Außerdem sorgte ich für ein paar glaubwürdige Zeugen, die uns in Verbindung bringen konnten. Zur Sicherheit, falls man mich schnappen sollte. Und ich bereitete den Anschlag auf den Herrscher von Kovir vor. Eigentlich sollte Etat Thyssen das erste Opfer sein. Doch ehe das getan war, beauftragte mich Sheila mit dem Mord an Demavent. Damit musste ich ihr nichts mehr vormachen. Ich nutzte die Chance und erfüllte den Auftrag. Wie hast du erfahren, dass die Loge existiert? Vom Kaiser und Fatir der Rideau, seinem Meisterspion. Und die dürften es von Yennefer gewusst haben. Dann hat sie ihr Gedächtnis wieder? Sie hat es wohl kaum bewusst preisgegeben. Vermutlich haben sie einen Weg gefunden, ohne ihr Wissen an ihre Erinnerungen ranzukommen. Als ich verhört wurde, war ein Zauberer zugegen. Ein stolzer junger Offizier des Geheimdienstes. Man legte mir eine Liste der Logenzauberinnen vor. Bei diesem Gespräch waren nur Emhyr, Fatir und ich anwesend. Meine Mission war geheim. Wie hast du es geschafft, Demavent zu töten? Shilas Zauberkunst. Wir kannten jeden seiner Schritte. Die Gewohnheiten seiner Wachen. Wir wussten alles. Shilas stellte genug Gold für Vorbereitungen und Schmiergelder bereit. Eigentlich musste ich nur noch den entscheidenden Schlag ausführen. Aber das klingt einfacher als es war. Wir sind den Verfolgern nur knapp entkommen. Ohne Jorvets Goyatel hätten wir das nicht geschafft. Shilas hat sich keinen Gefallen getan mit der Empfehlung. So konnten wir nicht nur Demavent töten, sondern uns auch noch dem Zugriff der Loge entziehen und die Anschläge auf Volltest und Hänselt vorbereiten. Woher wusstest du, dass Volltest in die Einsiedelei kommen würde? Der Plan zu seiner Ermordung stammt von Jorvid und mir. Volltest hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass er mit den Lavalettes abrechnen würde. Ich wusste, dass er seine Bank hatte, wollte. Und wo versteckt man Kinder während einer Belagerung am besten? Ich musste zu einem Mönch werden. Aber in ein Kloster zu gehen und zu sagen, ich hätte eine Offenbarung gehabt, das wäre unglaubwürdig gewesen. Darum stieß ein Trupp von Arjan eines Tages auf eine Gruppe Eichhörnchen, die einen wehrlosen Mönch folterten. Die edlen Krieger vertrieben die Elfen und ich fand Zuflucht im Kloster. Ist dir niemandem aufgefallen, dass du nicht verletzt warst? Der Mönch, der mich heilen wollte, schwieg für einen Batzen Orens. Ein Darlehen. Denn später brachte ich ihn um. Tote bewahren Geheimnisse besser. Und dann wartete ich ab. Als ich sah, wie du mit Volltest in die Einsiedelei kamst, war ich nicht sicher, ob der Plan aufgehen würde. Doch zum Glück hast du deinen alten Gefährten nicht erkannt. Wann hast du beschlossen, Jorvet loszuwerden? Als ich gemerkt habe, dass ich ihn nicht manipulieren konnte. Sein Scharfsinn macht ihn gefährlich. Er hätte mich jeden Augenblick durchschauen können. Ein Fehler. Unter dem Schutz der Scoia-Tel warst du unberührbar. Aber auch handlungsunfähig. Hätte ich Kiaran erledigt... Hast du aber nicht. So konnte ich Jorvet gegen dich aufbringen und dich zur Flucht zwingen. Denk daran, ich hätte auch dich töten können. Aber ich tat es nicht. Ich weiß. Du warst der Grund dafür, dass Sheila in Flotsam war. In der Tat. Sie wollte mich beseitigen. Ging allerdings davon aus, die Situation unter Kontrolle zu haben. Sicher dachte sie, ich wäre verrückt geworden oder von Jorvet gelenkt. Derweil der Norden immer tiefer im Chaos versank. Genau. Du warst mein größtes Problem. Ich hätte dich töten können.